Hallo liebe Freunde des gepflegten Panzerfahrsports und willkommen zurück zu einem News Video für World of Tanks. Wargaming hat heute den polnischen Medium Tech Tree bekannt gegeben. Alles noch super Test, alles noch in Entwicklung, aber es sind ein paar spannende Sachen dabei. Vor allen Dingen der Tier 10 Panzer besitzt wohl eine neue Mechanik, die damit ins Spiel eingeführt werden soll. Ich werde uns gleich mal hier das Video, was auf der World of Tanks Seite gepostet wurde, anschauen, uns quasi die ersten Informationen dazu holen. Und im zweiten Teil des Videos werden wir uns die Statistiken des Tier 10 Panzers der Polen anschauen. Und auch schon mal so einen kleinen ersten Vergleich mit anderen Medium Panzern der Stufe 10 vornehmen. Das Ganze ist super Test, beziehungsweise die Panzer gehen jetzt demnächst in den Super Test. Das heißt also, hier kann sich noch alles ändern. Das ist Work in Progress. Wir kennen das, ja, aber wir können uns hier schon mal einen ersten guten Eindruck davon holen, was uns denn mit den polnischen Mediums erwartet. Und dann klicken wir gleich mal hier rein und gucken uns das Video an. Im Dezember letzten Jahres, während des Stream of the Year, erfuhren die Spieler von World of Tanks, dass zwei neue Fahrzeugzweige in Entwicklung sind. Einer von ihnen war der italienische, der andere wurde geheim gehalten. Heute ist es an der Zeit, alles zu enthüllen und anzukündigen, dass die geflügelte Kavallerie, die polnischen mittleren Panzer, bald das Spiel stürmen wird. Ein kleines Stück Geschichte. Nach dem Zweiten Weltkrieg war Polen als Mitglied des Warschauer Paktes ein sich schnell entwickelndes europäisches Land. Es ist daher nicht verwunderlich, dass der damalige polnische Panzerbau nicht nur durch neues sowjetisches Ingenieurswissen, sondern auch durch die Forschung beeinflusst wurde, die zu den gepanzerten Fahrzeugen der Wehrmacht führte. Ist mir jetzt tatsächlich neu, aber ich bin jetzt auch, sag ich mal, historisch nicht der Mega-Geschichtsexperte. Auf jeden Fall höre ich das gerade zum ersten Mal. Der Einfluss der sowjetischen Panzerbauschule zeigt sich am Beispiel des CS-44. Die einfache Form des geschweißten Turms ist eine technische Lösung und kostengünstig in der Herstellung. Die sowjetischen Wurzeln erkennt man auch am recht fortschrittlichen Fahrwerk. Die Seitenschürzen basieren aber eindeutig auf der Analyse der Wehrmachtsfahrzeuge nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Das Heck des CS-53 zeigt, dass die polnischen Konstrukteure von Details wussten, die aus den westlichen Panzerbauschulen stammten. Also Spionage oder wie? Das wird hier sehr schön so ein bisschen durch die Blume gesagt. Wargaming und technische Logik. Manchmal, Entschuldigung, aber manchmal denke ich irgendwie, die verarschen sich selber in ihren Videos. Entschuldigung. Konstrukteure haben wir diese Fahrzeuge in das Spiel implementiert. Okay, jetzt geht also ab Tier 5 los. Sechs Fahrzeuge für den polnischen mittleren Panzerzweig von Stufe 5 bis Stufe 10. Und ein Premium auf Tier 8. Zusätzlich wird es einen Premium-Panzer der Stufe 8 geben. Der Übergang zu den Neuankömmlingen beginnt mit den 14TP auf Stufe 4. Die Werte der neuen Fahrzeuge festzulegen wird noch einige Zeit dauern, aber wir... Das ist doch eine Ente hier oben. Das ist doch eindeutig ein AMX 40. Oder zumindestens geklaut davon. Wir können bereits jetzt über unsere Vision für die polnischen mittleren Panzer sprechen. Stufe 5. Das erste Fahrzeug im neuen Zweig ist der DSPZ INS 1 auf Stufe 5. Es handelt sich um ein Pilotprojekt für einen mittleren Panzer, das Ende der 1930er Jahre entwickelt wurde. Die Entwicklung wurde jedoch durch den deutschen Überfall auf Polen unterbrochen. Es setzt den gleichen Gedanken wie beim 14TP fort, zeigt aber auch die Züge eines mittleren Panzers. Also hier sehen wir schon, die Panzer haben alle noch keine richtigen Texturen. Daran sehen wir auch den frühen Entwicklungsstand bei diesem Zweig. Wir dürfen also jetzt nicht erwarten, dass wir jetzt in den nächsten wenigen Wochen, sage ich mal, hier schon irgendwelche Panzer auf dem Testsurfer sehen werden. Ich denke mal, wir reden hier, ohne es jetzt genauer zu wissen von Wargaming, von dem zeitlichen Bereich von so Ende des Jahres, schätze ich mal. Oder zumindestens dann in Richtung Herbst. Dies beeinflusst das Verhalten des Panzers. Anders als die gut gepanzerten Fahrzeuge des schweren Zweigs werden die neuen mittleren Panzer schneller und manövrierfähiger sein. Stufe 6. Medium. Das Fahrzeug auf Stufe 6 hat einen recht ungewöhnlichen Namen. B-U-G-I. Es sieht genauso aus, wie man es von einem so einprägsamen Namen erwarten würde. Sieht scheiße aus. Konfektionell ähnelt er dem 25TP Xust 2. Es ist ein mittlerer Panzer mit klaren Vorteilen und ohne klare Nachteile. Okay. Also hier würde ich jetzt mal behaupten, haben sie sich auf jeden Fall an den Franzosen in irgendeiner Form orientiert. Also gerade AMX 40. Weil also rein die Wannenform, ja, sieht zumindestens stark danach aus. Lässt jetzt erstmal vermuten, dass der an der Wanne und auch im Turm halbwegs bouncy sein könnte. Aber wir wissen dann natürlich nicht die effektiven und auch die nominellen Panzerungswerte von diesem Fahrzeug. Deswegen ist es jetzt auch nur relativ spekulativ geäußert. Aber sieht zumindestens danach aus. Auf Stufe 7 gibt es keine Experimente, weder beim Namen noch im Verhalten. Der CS-44 ist in Bezug auf Werte und Spielstil ein vollwertiger polnischer mittlerer Panzer. Das beste 100mm Geschütz mit guten Neigungswinkeln ermöglicht es dem Fahrzeug auf jedem Gelände gut zu spielen. 100mm Geschütz auf Tier 7 ist immer schon mal, das klingt immer schon mal gut. Das heißt, man hat da vermutlich einen Alpha-Schaden, der relativ hoch für die Tierstufe sein dürfte. Da bin ich sehr gespannt drauf. Das klingt auf jeden Fall nett. Hat natürlich auch meistens den Nachteil, dass diese Geschütze, wenn man sie auf Tier 7 hat, die 100mm Sachen, so ein bisschen an Genauigkeit oder auch an Einzelzeit hadern. Aber generell, der Alpha dürfte damit relativ gut sein und vielleicht sogar im ähnlichen Bereich wie bei den Italienern liegen. Oder vielleicht wie ein Leo. Wobei ein Leo, also der schwedische Medium, der hat ja schon relativ viel, ich weiß gar nicht, was das für ein Kaliber ist. Der 300 Alpha. Da ist aber die Kanone doch schon sehr, sehr diwenhaft. Ihr könnt schießen, ohne eure Wanne zu zeigen und bleibt relativ sicher. Stufe 8. Momentan sind zwei polnische mittlere Panzer der Stufe 8 in Arbeit. Möglicherweise wird ein Fahrzeug im Zweig landen und das andere wird ein Premium-Panzer. Ja, möglicherweise. Also es wird eins davon im Premium-Fahrzeug werden. Sie werden mit Sicherheit keine zwei Standard-Panzer einführen. Also wir können davon ausgehen, das werden sie auch gleich im Video nochmal sagen, ein Panzer davon wird Premium und einer davon Standard. An der gewissen Stelle werde ich nochmal kurz anhaltend nochmal ein paar Gedanken dazu sagen, weil auch hier ist wieder gewisse Komik im Spiel. Die Silhouette des CS-52 ähnelt dem sowjetischen T-44 und das ist kein Zufall. Die Entwürfe polnischer Fahrzeuge in den frühen 50ern waren von den Erfahrungen der sowjetischen Ingenieure inspiriert. Der CS-52 und höherstufige Panzer sind nicht zu hoch und haben gute Geschützneigungswinkel. Dabei handelt es sich um ein Unterstützungsfahrzeug, das den Verbündeten in jede Richtung helfen kann, insbesondere in unebenem Gelände. Wir achten mal drauf, dass hier an dem Panzer schon Texturen zu sehen sind. Also zumindest dieser Achter scheint in der Entwicklung schon relativ weit zu sein. Der andere Stufe-8-Panzer heißt CS-53. Es handelt sich um ein Pilotprojekt aus den frühen 1950ern. Bei der Konstruktion dieses Fahrzeugs orientierten sich die Polen an den technischen Lösungen, die in damals neuen sowjetischen Serienpanzer T-54 umgesetzt wurden. Allerdings hatten diejenigen, die am Projekt arbeiteten, auch genug eigene Ideen, wie das Fahrzeug aussehen und im Kampf agieren sollte. Es geht vor allem um sein Geschütz. Das polnische 100mm-Geschütz richtet ordentlichen Schaden an. Gute Geschützneigungswinkel erlauben dem CS-53 auch, Stellungen zu halten, die dem T-54 nicht zur Verfügung stehen. Das finde ich übrigens recht spannend, dass die Polen bei den Mediums anscheinend sehr gute oder zumindest einigermaßen brauchbare, auch negative Richtbereiche bekommen, was ja bei den Russen nicht so ist. Also da haben wir ja mal 5x6 Grad und gerade der angesprochene T-54 auf Tier 9, der ja eigentlich kein schlechtes Fahrzeug ist. Also was heißt eigentlich, er ist kein schlechtes Fahrzeug. Aber der hat halt immer so Probleme. Wir kennen es ja auch vom Objekt 430 oder von anderen russischen oder sowjetischen Fahrzeugen. Das ist die Gun Depression nervt halt teilweise. Und wenn die Polen da so eine Alternative bieten und vielleicht technisch sogar weiter sind, also naja, also wir sind ja hier im Spiel, ne? Also ihr wisst, was ich meine. Dann ist es auf jeden Fall, mal gucken, eine gute Alternative, weil Gun Depression ist in meinen Augen schon relativ viel wert im Spiel. Welches der beiden Fahrzeuge erforschbar und welches Premium wird, geben wir nach den Tests bekannt. Und das ist die Stelle, wo ich einfach so lachen muss. Ich meine, man kann da jetzt sehr viel reininterpretieren, aber wir geben bekannt, welches Fahrzeug davon Premium und welches Standard wird nach den Tests. Ja, wenn wir gemerkt haben, welches der Fahrzeuge besser performt, dann packen wir das bessere Fahrzeug als Premium. Okay, es ist, es, ich, ich höre schon auf. Ich meine, ich will hier nichts unterstellen, ne? Vielleicht sind sie auch einer, einfach gut gebalanced gegeneinander, ne? Wir wissen ja, wie das läuft. Stufe 9. Stufe 9 belegt der CS 59. Im Grunde handelt es sich um eine qualitative Weiterentwicklung der Ideen früherer Fahrzeuge. Eine stärkere Panzerung, ein größeres Kaliber und besseren Neigungswinkel. Ah, Neigungswinkel finde ich schon gut. Den polnischen mittleren Zweig krönt auf Stufe 10 der CS 63. Dies ist ein Projekt aus den 1960er Jahren. Es hat eine geschweißte Wanne, einen gegossenen Turm eigener Konfiguration und eine Gasturbine. Hier gibt es kaum Überschneidungen mit den sowjetischen Gegenstücken. Den vorläufigen Werten nach wird der CS 63 über eine starke vordere Turmpanzerung und einen guten Geschützneigungswinkel von minus 8 Grad verfügen. Okay, das ist nice. Können Kommandanten effizient spielen, natürliche Deckungen nutzen und dort glänzen, wo andere mittlere Panzer der gleichen Stufe dies nicht können. Und das werden wir jetzt gleich sehen. Dort glänzen, wo es andere nicht können. Da müssen wir jetzt wirklich mal genau hinschauen, was hier kommt. Und das ist eine neue Spielmechanik, die Wargaming jetzt hier vorstellt, die nach aktuellem Stand auch nur auf diesem polnischen Zehner sein soll. Und ich verstehe jetzt nicht so ganz, warum sie das nicht schon wie bei anderen Featuren, also bei zum Beispiel den schwedischen Mediums, das schon bei Tier 8 einführen, sondern dass es hier wirklich nur auf dem Zehner aktuell davon die Rede ist, finde ich einerseits schade. Das Feature an für sich finde ich aber relativ spannend. Eines unterscheidet den CS-63 aber von anderen mittleren Stufe-10-Panzern, seine Gasturbine. Wir erwägen derzeit eine ungewöhnliche Mechanik für das Spitzenfahrzeug des Zweigs. Wir überlegen, eine mögliche Motorenmechanik mit zwei verschiedenen Modi zu testen. Standard und schnell. Es wird ungefähr so aussehen. Im ersten Modus verhält sich der CS-63 wie ein normaler Mittlerer mit den üblichen Eigenschaften. Schaltet man den Motor aber um, steigt seine Leistung. Die Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs und die Beschleunigungsdynamik verbessern sich. Gleichzeitig verschlechtern sich Stabilisierung und Zielzeit des Geschützes erheblich. Schießen unter solchen Bedingungen wird nicht effektiv sein. Darüber hinaus wird die Möglichkeit erwogen, die Tarnwerte im schnellen Modus zu verringern. Das ist ziemlich cool. Also es ist nicht nur so wie bei den Radpanzern, einfach schnell und langsam. Sondern die Modi bekommt tatsächlich auch, oder der schnelle Modus bekommt tatsächlich auch noch einen Nachteil. Also nicht nur was die Kanone angeht, was wir gleich sehen werden. Sondern aber auch den Tarnwert. Und das finde ich ein ziemlich cooles Konzept. Das finde ich halt so ein bisschen die Weiterentwicklung wie bei den Radpanzern. Und ich finde auch bei den Radpanzern, warum hätte man das damals nicht schon einführen können. Vielleicht in abgeschwächter Form. Aber warum? Hätte man auch machen können, dass die Kanonen halt in den Fahrmodi einfach schlechter performen. Wir wollen auch die Wirkung von Ausrüstung, Verbrauchsmaterial und Besatzungsfertigkeiten auf einen Panzer mit diesem Motorenmodus ausschließen. Das ist auch geil. Also der Sting fährt einfach nur schneller, hat dadurch aber einen schlechteren Tarnwert. Und auch die Vorteile von den Verbrauchsgüren oder von der Mannschaft werden quasi vermindert. Ey, bitte Wargaming, teste dieses Feature auch auf den Radpanzern. Also warum nicht? Das ist super geil. Dies geschieht um sowohl die Nachteile als auch die Vorteile, die daraus resultieren, auszugleichen. Ja, genau. Auch das wäre eine Möglichkeit auf den Radpanzern zu testen, dass man das Umschalten der Fahrmodi aber bei den Radpanzern auch nur im Stand machen kann. Warum nicht? Also man kann es zumindestens doch mal überprüfen. Außerdem könnt ihr während des Gefechts beliebig oft zwischen den Modi wechseln. Der Schnellmodus hat keine negativen Auswirkungen auf den Motor selbst oder das Fahrwerk. Es wird kein Verbrauchsmaterial sein, sondern eine eingebaute Funktion des CS63. Ihr könnt den gewünschten Modus auch im Voraus während des Countdowns vor dem Gefecht auswählen. Diese einzigartige Eigenschaft des CS63 wird ihm ermöglichen, gleich zu Beginn des Gefechts günstige Stellungen einzunehmen und im weiteren Verlauf schnell die Stellung zu wechseln. Die polnischen mittleren Panzer werden in naher Zukunft in den Supertest geschickt. Ihre Werte sind noch lange nicht endgültig. Es werden Anpassungen vorgenommen, bis die neuen Fahrzeuge im Spiel erscheinen. Also wir sehen hier eindeutig, dass einer der beiden Tierachter auf jeden Fall in der Entwicklung schon am weitesten ist, weil der hat schon richtige Texturen. Und hier kommt auch nochmal die Info jetzt am Ende. Jetzt ist noch nicht ganz klar, wann sie ins Spiel kommen. In den Supertest gehen sie jetzt demnächst. Aber aufgrund dessen, dass die meisten Fahrzeuge davon noch keine eigenen Texturen haben, gehe ich davon aus, dass das Ganze noch lange dauern wird. Wenn dies sein wird, werden wir später bekannt gehen. Fürs Erste bleibt gespannt. Und viel Erfolg auf dem Schlachtfeld. Ja, also wir haben gesehen, was das Neue ist. Wir werden uns gleich im zweiten Teil noch die Vergleichstabelle des neuen 10ers anschauen mit anderen Mediums, die wir bereits schon im Spiel haben. Was man hier aber auf jeden Fall sagen kann, das Feature auf dem 10er ist wirklich für mich, ich finde es cool. Es ist halt eine Weiterentwicklung von den Farmmodi, wie wir sie von den Radpanzern her kennen. Aber auch in meinen Augen endlich mal eine logische Weiterentwicklung. Und das Fahrzeug bekommt einen extremen Vorteil. Also gerade auf großen Karten, wir hatten hier Malinovka gesehen, kann man natürlich mit diesem Farmmodus extrem gut am Anfang in gefährliche Positionen für den Gegner kommen. Hat aber halt auch den Nachteil, dass man auf jeden Fall gespottet wird oder zumindest die Wahrscheinlichkeit stark ansteigt, weil einfach der Tarnwert deutlich schlechter wird. Und auch ansonsten kanonische und einziel, also alles was die Kanone angeht, schlechter performt. Und halt auch der Vorteil von Verbrauchersgüttern oder Mannschaft nicht vorhanden ist. Und das sind halt Sachen, das würde ich mir halt auch gerne bei den Radpanzern wünschen. Dass man vielleicht nicht alles davon auf die Radpanzer auch überträgt, aber dass man das halt einfach mal testet. Wozu habt ihr denn einen super Test bei Wargaming oder auch mal einen Testsurfer oder einen Sandbox-Surfer, wo man solche, so ein Feintuning auch mal für die Radpanzer testen kann. Damit sie ja auch Nachteil haben, wenn sie in diesen schnellen Modi unterwegs sind. Denn der einzige Nachteil, den sie halt haben, ist, dass sie nicht so wendig sind. Aber ganz ehrlich, das interessiert so gut wie niemanden. Magnetisches Auto-Aim, volle Bulle drauf und gib ihm. Aber gut, wir schauen mal in den zweiten Teil mit der Vergleichstabelle. So, hier sehen wir jetzt die vorläufigen Statistiken oder die Werte des CS63, was der polnische Medium auf Tier 10 sein soll. 390 Alpha, Pen-Werte 258 auf der AP. Premium ist APCR mit 315. Und damit liegt ja bei den Pen-Werten, gefühlt eher so im unteren Bereich. Bei den 10er Mediums, ja, da gibt es ein paar, die sind deutlich besser. Das ist eher so im Bereich der Heavies zu sehen. 8,5 Sekunden Reload. Gucken wir gleich mal, was das für eine DPM ist. Da kommen wir auf eine DPM von 2752. Im ersten Blick klingt das ziemlich viel. Wir gucken gleich in die Vergleichstabelle. Die Kanone nicht super präzise. Also hier gehen wir eher so in die russische Richtung. Ja, also keine deutsche Präzisionskanone. 0,36. Natürlich dürfen wir nicht vergessen, mit einer entsprechenden Mannschaft und Verbrauchsgütern kann man das sicherlich auch noch ein bisschen drücken. Das ist klar, aber effektiv kommt man dann vielleicht auf 0,34, 0,33. Einzelzeit mit 2,3 Sekunden ist auch nicht mega schnell. 8 Grad Gun Depression haben wir schon gesehen. Und hier unten sehen wir jetzt dann die Werte einerseits vom Normalen und von dem Schnellen Modus. Also 55 Top Speed im Normalen Modus, 70 in diesem Fahrmodus. Auch die Rückwärtsgeschwindigkeit wird erhöht auf 20. Und Wargaming schreibt das auch im Forum in dem deutschen Text, auch im englischen Text, dass das halt damit erreicht wird, dass einfach in diesem Fahrmodus die Motorleistung extrem erhöht wird. Und dadurch steigt halt auch das Leistungsgewicht von vorher 18,1 PS pro Tonne auf 28,2 PS pro Tonne. Das heißt also, der fährt nicht nur auf dem Papier schneller, der wird auch diesen Top Speed deutlich besser erreichen können. Worauf es anscheinend keine Auswirkungen hat, ist die Drehgeschwindigkeit der Wanne. Die bleibt bei 48 Grad pro Sekunde. Und die Turmdrehgeschwindigkeit, wo haben wir die denn hier? Die haben wir hier oben mit 50 Grad. Wir schauen uns gleich die Vergleichstabelle an. 2000 Hitpoints hat er. Sie haben ja auch die Panzerung angesprochen. Also an der Kanonenblende soll sie relativ gut sein. Mit nominell 260. Das 3D-Modell muss man dann mal sehen, wie das aussieht, wenn wir es haben. 80 an der Wanne mit einer halbwegs guten Winkelung. Aber ihr seht schon, die Unterwanne ist extrem groß. Und ich vermute mal, dass die mindestens auch nur 80 hat. Oder vielleicht sogar weniger. Dementsprechend muss man die sehr gut verstecken, weil die wird relativ einfach durchschlagbar sein. Und die Seitenpanzerung, oh, 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 oh. Also 50 Millimeter an der Wanne Seitenpanzerung und das auf Tier 10. Mit dem kann man also absolut kein Sidescraping machen. Das wird also wirklich so sein, dass man den Holddown spielen sollte mit 8 Grad. Und gucken, dass man da nicht die Seitenpanzerung zeigt. Weil auch die Turmseitenpanzerung kommt nur auf 60 Millimeter. Das ist nicht wirklich viel. Das ist sehr, sehr wenig für Tier 10. 400 Meter Sichtweite. Und jetzt gucken wir uns nochmal die Werte. Erstmal, was die Penetrationsleistung angeht. Von 258 im Vergleich zu anderen Mediums an. Und da sehen wir schon, ja, das Objekt 430 liegt da ein Stück drunter. Aber alle anderen, der STB1 noch auf dem gleichen Niveau. Und ansonsten haben wir fast durchgängig mehr Leistung. Nur der U, das ist nochmal schlechter. Aber insgesamt muss man sagen, liegen wir dort schon eher im unteren Mittelfeld, was die Pen-Leistungen angeht. Beim Alpha-Schaden 390 völlig in Ordnung. Da gibt es ein paar, die drüber liegen. Ein paar Russen, die halt ein bisschen drunter liegen. Das ist in meinen Augen völlig in Ordnung. Wenn wir jetzt nochmal auf die DPM, also den Schaden pro Minute schauen, von 2752, dann sehen wir, dass wir hier, naja, so eigentlich in einem guten Mittelfeld liegen. Na klar, K91, wo haben wir ihn hier? Mit über 3000, das ist schon relativ gut. Und auch der STB1 ist gut. Aber insgesamt gibt es jetzt hier keinen, naja, ich sag mal, so einen Ausrutscher. Es ist nicht wirklich mega viel, naja. Also wir sehen schon, mit 27 liegen wir hier doch Mittelfeld, aber eher unteres Mittelfeld. Aber es ist jetzt auch kein Totalausfall. Und wir dürfen ja auch nicht vergessen, der Panzer hat halt andere Vorzüge. Wie gesagt, diese Farm-Modi. Gucken wir gleich mal drauf. 55 Top-Speed im normalen Modus. So, da haben wir hier auf dem Leo eine 70. Ja, der ist natürlich dann ganz weit oben. Aber ansonsten, ja, hier haben wir ganz oft die 50 stehen. Hier haben wir mal eine 60, eine 55. Das wird okay sein. Leistungsgewicht hatten wir, wir gucken nochmal drauf, 18,1 PS pro Tonne. Da liegen wir eher wieder so im Mittelfeld. Wir haben hier ein paar Ausfälle nach unten. 4,30 mit 14,2. Objekt 140 mit 16,1. Es ist okay. Also er wird auf jeden Fall die 55 relativ gut erreichen können. Das sollte kein Problem sein. Ein Zielzeit haben wir ja gesehen, 2,3 Sekunden. Und da liegt er halt auf dem Niveau von 430 U. Also das ist nicht wirklich gut, ne. Wenn wir auch noch dran denken, dass er in dem Fahrmodus 3,5 Sekunden Einzielzeit hat. Sehen wir schon. Also da an der Kanone wird es ein bisschen schwierig. Aber wie gesagt, das Fahrzeug hat halt andere Vorteile. Bei der Genauigkeit sehen wir auch, liegt er, wenn wir das 430 mal weglassen, auch eher im unteren Mittelfeld. Aber wie gesagt, Fahrmodus und alles noch super Test. Wir dürfen halt die Vorteile nicht, die er noch hat, vergessen. So, Turmdrehgeschwindigkeit 50 Grad, Wanddrehgeschwindigkeit 48 Grad. Fangen wir beim Turm an mit 50. Das haben wir hier unten. Damit liegt er eher im oberen Bereich. Also da ist er relativ gut, was die Turmdrehgeschwindigkeit angeht. Wanddrehgeschwindigkeit war ein 48. Da liegt er eher wieder minimal hinten. Dann haben wir hier eine 50, eine 44 auf dem E50M, K91 50. Also er hat zwar die bessere Turmdrehgeschwindigkeit, aber den Vorder, den er da hat, den verliert er im Grunde wieder bei der Wanddrehgeschwindigkeit. Zirkeln wird damit immer noch möglich sein, aber er hat damit halt einen kleinen Nachteil. Gegenüber anderen Mediums. 400 Meter Sichtweite. Am Ende mal noch den Wert anschauen. Den sehen wir hier unten. Damit liegt er auch im absolut normalen Bereich. Es gibt manche, die haben 390, es gibt manche, die haben 410. Das ist also auch völlig in Ordnung. Und jetzt suchen wir uns mal noch die Stelle, wo wir die Hitpoints sehen. Hitpoints haben wir hier. Wir hatten 2000 auf dem Polen. Damit sind wir sogar leicht im oberen E50M 2050, Objekt 430U 2000, STB 1 2000, alle anderen so 1, 9, 5. Das sind keine großen Unterschiede. Das sind mal 50 Hitpoints mehr, mal 50 Hitpoints weniger. Das kann natürlich, diese 50 Hitpoints kann natürlich klar ein Treffer ausmachen. Aber insgesamt gibt es hier keinen großen Ausreißer irgendwo nach oben oder nach unten. Also insgesamt ein Fahrzeug, was auf der Kanone, gerade was die Genauigkeit und die Einzelzeit angeht, mit den Werten, die er aktuell hat, so einen minimalen Nachteil hat. Mobilität auch, würde ich Ihnen sagen, sehe ich ihn so eher im unteren Mittelfeld, aber nicht extrem scheiße. Und dafür bekommt er aber halt diesen großen Vorteil des Farm-Modi, der aber durch die Nachteile im Farm-Modus auch gebalanced ist. Also insgesamt von der Idee sehr, sehr cool. Von der Umsetzung müssen wir am Ende halt einfach warten. Die vorläufigen Werte sehen jetzt irgendwie nicht sehr schlecht oder sehr, sehr gut aus. Das Fahrzeug wird halt spannend durch diesen Farm-Modus. Und ich kann hier nur noch mal an Wargaming appellieren, bitte, 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 macht einen Sandbox, macht einen super Test und probiert doch mal diese Nachteile im Farm-Modus auch mal für die Radpanzer aus. Am Ende bleibt mir nur zu sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Däumchen nach oben da. Was sagt ihr zu den polnischen Mediums? Lasst es mich gerne wissen in den Kommentaren. Mein Dank geht raus an meine großen Unterstützer auf Twitch und auf YouTube. Das sind Xynam, Irondal, Kütte, Kulle und Parsival. Und wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut, ciao, ciao, euer Oher.